Musik Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Kulturgespräch über eine herausragende mittelalterliche Gestalt. Gast im Studio, Prof. Dr. Horst Fuhrmann. Herr Prof. Fuhrmann, Franziskus von Assisi steht im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Eine der erstaunlichsten Gestalten des Mittelalters. Eine, die aber auch immer in den Dienst genommen wurde und die vor allem im letzten Jahrhundert auch furchtbar verkitscht worden ist. Der Heilige, der zwischen den Vögelchen sitzt, der die Blumen blühen lässt, ein sanfter Heiliger. Aber so sanft war der Junge ja gar nicht, der dort in Assisi 1181 oder 1182 zur Welt gekommen ist, inmitten einer blühenden Handelsstadt, inmitten einer sehr reichen Familie. Woher kommt dieser seltsame Mensch denn? Tja, das ist schwer zu beantworten, weil er sozusagen aus wilder Wurzel plötzlich da ist. Von seiner Herkunft her, sein Vater Bernadone ist ein mittel- bis sehr reicher Mann in Assisi gewesen. Ein Fernhändler, wie überhaupt, es liegt ja in Umbrien, das Land agrarisch, aber die Städte sehr stark handelsmäßig ausgerichtet waren. Und er hat, wie ein Kaufmann es tut, Einkaufsreisen unternommen, 1181, 82, kehrt zurück. Ein Sohn ist geboren, er heißt Giovanni. Er tauft ihn sofort um zu Francesco und das ist die Merkwürdigkeit, Francesco ist völlig unüblich. Gab es da gar nicht. Gar nicht, nein, woher er den Namen, da und dort, also man hat sogar, Historiker haben sich angestrengt, den Namen vorher zu finden und sie haben es gefunden. Aber es geht ja um die Häufigkeit, das ist verhältnismäßig selten. Was der Vater da im Sinn hatte, ist gar nicht klar. Aber er hat sicherlich im Sinn gehabt, dass der auch ein Kaufmann wird, dass er sich etabliert, dass er sein Erbe übernimmt und ja, auch fröhlich die Feste mitfeiert, die dort gefeiert wurden. Und der junge Franziskus ist ja da sehr munter in den Straßen rummarschiert. Sehr wohl, also zunächst, weil das macht jeder anständige Vater mit seinem Kind, rin in die Schule. Nach San Giorgio, Lesen und Schreiben, es gibt ja sogar die Theorie, dass die Laienkultur über den Kaufmann gekommen sei und nicht über irgendwelche Schulen von der Geistlichkeit her. Und das hat er durch, also konnte Lesen und Schreiben. Seine sozusagen poetische Sprache war wesentlich das Französische, wahrscheinlich das Provenzalische. Und sonst hat er eben, was ein Kaufmann tun musste, rechnen und schreiben gekündigt, nicht viel mehr. Seine Schreibkunst war sehr gering, wir haben nur ein einziges Autograph von seiner Hand, sonst gar nichts. Und das ist ja ohnehin verhältnismäßig kurz. Er hat, wie Sie sagen, durchaus das Geschäft des Vaters übernommen. Er war der Juniorchef. Und mit Juniorchef gehört man auch selbstverständlich zur städtischen höheren Gesellschaft, gehört auch zur Miliz. Man muss Dienst tun und das war ein großer Einbruch. Es war eine große Auseinandersetzung, wie die Städte sich herbegeben hat. Perugia und Assisi. Ja, Perugia und Assisi und 1202, großes Gefecht. Aber Franz wird so im Hintergrund bei Contestrada, bei einem kleinen Gefecht, gefangen genommen und da geht es ihm schlecht. Ein Jahr muss er also dazu bringen in harter Behandlung. Und nun ist es unklar, ob durch Verhandlungen er freigekommen ist oder ob der Vater ihn freigekauft hat, damit er eben das Geschäft da übernimmt. Kommt er zurück und nun ist ein merkwürdiger Vorgang von 1202, 2003 die nächsten fünf Jahre. Also da ist eine Veränderung. Da entwickelt sich etwas, was nicht greifbar ist im Grunde. Können wir nicht, also wir sind ja Mediziner darauf angesetzt worden, woher kommt dieses Erlebnis, diese Verwandlung. Denn er war vorher ein ausgesprochen Lebenslustjahr an der Spitze des Schalks dahinziehender Mann, der also... Der auch Witze machen konnte. Und Witze machen konnte. Und befragt, naja, warum verhältst du dich denn so komisch, sagt er, ja, der eine noch zu ihm, willst du heiraten, sagt er, ja, eine wunderschöne Frau. Und ich meine, es sind alles Erzählungen, möglicherweise Legenden. Aber sie machen doch deutlich, dass in dem eine Verwandlung vorgegangen ist, die seine Mitfreunde und Genossen ja bemerkt haben müssen. Ja, und dann ist es etwas Eigentümliches. Er ist ja unglaublich bibelbezogen. Das heißt also, er liest, oder vielmehr nimmt die Bibel wahr, mit dem Lesen ist es ja so, Leihlektüre war ja nicht ohne weiteres gestattet. Er nimmt es wahr und will das realisieren. Er nimmt ganz naiv die Bibeltexte wahr. Und da gibt es ja dann 1208, dieses große Erlebnis, das ist am 24. Februar. Das ist der Matthäustag, Matthäustag. Und da ist die Perikope, selbstverständlich, aus dem Evangelium Matthä. Und da kommt es, man soll das alles verlassen, geht hin, ihr sollt die Armen pflegen. Vor allem aber, lasst alles hinter euch. Begeht also die absolute Armut. Das ist der Turning Point, der entscheidende Punkt, aber auch das andere Ereignis, in dem er sozusagen eine Vision hat und sagt, du musst meine Kirche reinigen, sagt ihm ja Christus. Und er das wörtlich nimmt, sozusagen den Besen raustut und die Kirche säubert und dann sammelt er mit, also die verfallene Kirche natürlich wieder in Schuss gebracht wird. Ja, und er sammelt da schon die Gelder, um die Kirchen wieder herzurichten. Also vor Zunkula, ungebar vor Assisi. Und da geschieht ja etwas Merkwürdiges. Er greift mit Verlaub in die Ladenkasse. Sagt der Papa hat es ja. Der Papa hat es und bringt das zu dem entsprechenden Dorffahrer und dem Schwan schon Schlimmes. Der deponiert das zur Seite und sagt sich also, wenn dann jemand ankommt und sagt, der hat es da weggenommen, ob man es gestohlen nennt oder wie immer, kann ich es wieder rausgeben. Und das ist tatsächlich passiert. Da kam dann also die Forderung des Handelshauses des Vaters, das ist unrechtmäßig entwendet, muss retour. Und da kommt ja dann diese große Auseinandersetzung der Trennung vom Vater. Man muss ja auch an den Vater denken. Ich habe für den eigentlich Sympathie, weil der natürlich an die Zukunft denkt. Der sieht deinen allmählich verkommenen Sohn. Der Kerl läuft in einem furchtbaren Aufzug rum, verbrütet sich mit den Armen, wäscht sich nicht, stinkt und so weiter. Der soll das Handelshaus führen und da gibt es die berühmte Szene von 1206. Und da ist diese Theatralik, die man ja bei ihm immer wieder bemerkt, wo er sich entkleidet. Er entkleidet sich im Beisein des Bischofs. Im Beisein des Bischofs, Gudius II. von Assisi und gibt die Kleidung Stück für Stück seinem Vater. Er schmeißt ihn jetzt hin und sagt, da hast du alles wieder zurück, das Geld hast du sowieso schon bekommen und jetzt auch noch das, womit du mich begleitet hast. Und in der lateinischen Quelle, da merkt man richtig die Empörung selbst, oder das Erstaunen des Autors. Er habe hingeworfen, Etiam Femoria. Selbst die Unterhosen haben wir hingeworfen. Das heißt, der Kerl stand völlig nackt im Adamsgewand, was im Mittelalter ganz ungewöhnlich ist. Das ist unanständig von Grund auf. Wobei die Trennung vom Vater allein schon natürlich ein ungeheures Ereignis in dieser Stadt gewesen sein muss. Die Lossagung und dann die Wahl. Ich habe mir einen anderen Vater gewählt. Ja, Gottvater, ja. Es ist dann auch so, da merkt man, dass das fast eine Szene war, während er sich da entkleidet, dem Vater das hinschleutert, Etiam Femoria. Da geht er rüber und der Bischof nimmt seinen Bischofsmantel und hüllt ihn wie eine Mantel. Weil man nicht weiß, ist es der Mantel gewesen oder ist es der Palium vielleicht gewesen. Jedenfalls, er nimmt ihn in die Hut. Ja, und das sieht doch, also mit Verlaub, sehr nach Theater aus. Er hätte ja das auch anders machen können, aber dass er dann selbst die Unterhosen sich auszieht. Aber ein guter Schauspieler war der doch. Ja, der Eindruck war damals ungeheuer, weil dann die Leute bei ihm auch die Lebensform suchten. Das muss man ja immer unterscheiden. Während wir ja bei den anderen Mönchsregeln reguläre Regeln haben, schriftlich festgelegt. Die Regula St. Die wirkt durch diese Konzentriertheit in der Schrift. Ist das bei ihm die Lebensform? Er wählt das Evangelium, geht hin und sagt, so ist es. Ja, ja, und da kommen die Leute zusammen, nicht weil ihnen irgendetwas gelehrt worden ist, sondern weil das vorgelebt wurde, ganz, ganz real. Mit der Ungeheuerlichkeit auch, der geht hin zu den Aussätzigen, die es ja in diesen Städten immer gab. In den Vorstädten eine kleine Kommune, kann man sagen, von Aussätzigen, die ferngehalten wurden vom öffentlichen Leben. Die mussten ja mit dem Glöckchen rumlaufen oder mit der Klappe, um sich bemerkbar zu machen. Er geht hin und küsst schließlich die Aussätzigen. Das heißt, überwindet seinen Ekel, wie er auch sagt. Taraus wurde mir süß, hat er gesagt. Also ob das so war, weiß ich nicht. Aber dieses Bekost, das gehört dazu. Ja, aber er konfrontiert das gesettelte Bürgertum mit seiner Hinwendung zu den ganz Armen. Und im Grunde will er ja hinuntersteigen, zu denen der Ärmste, der Armen werden, durch seine Lebensentscheidung, durch seine Lebensweise. Im Grunde musste ja auch der Bischof geschockt sein. Ja, das gehört mit zur Leistung, sagen wir mal, des Franz, dass er den Bischof von Anfang an gewonnen hatte. Das ist Guido II. von Arezzo. Und es gibt eine Abhandlung über diese Persönlichkeit. Also dass der geahnt hat, dass eine neue Bewegung im Gange ist, die man irgendwie gewinnen muss. Und man sagt ja auch, 1209 hat er ja dann einige Begleiter zusammen. Da sind sie ja zur Innozenz III. gegangen. Und da gibt es die Überlieferung, dass ohne die Vermittlung Guido II. Innozenz III. ihn nicht anerkannt hätte. Er hätte ihn nicht einmal empfangen, wahrscheinlich. Und es ist so, wir erkennen aus dem Schriftstum Innozenz III. gar keine besondere Reaktion. Also die im Nachhinein, auch in der Legende, wiedergespiegelte Eindrücklichkeit des Heiligen Franz hat nicht bestanden. Auch diese von Giotto gemalte, dass Innozenz III. einen Traum hatte. Das alles später. Für Innozenz III. war das ein zerlumpter Kerl, für den sich der Ortsbischof eingesetzt hat. Und dieses Gespür muss allerdings Innozenz III. gehabt haben. Also pass auf, wenn du jetzt die Armutsbewegung nicht in irgendeiner Weise legitimierst, in die Kirche aufnimmst, dann wird es gefährlich. Nun hat ja der Heilige Franz eine Ständigbetreuerung gehabt. Nämlich, er unterwerfe sich völlig der Kirche. Er sei völlig in der Kirche. Die Priester sind meine Herren. Ich fürchte sie, ich liebe sie, sie sind meine Herren. Und das war entscheidend und das hob ihn ab. Weil sie das Sakrament natürlich den Menschen spenden und durch die Weihe hervorgehoben sind. Ja, und sie erkannten ja dann die Amtskirche an. Während die anderen großen Bewegungen, die Katara und vor allem die Valdenser, die ja eine sehr seriöse Bewegung in Italien bis heute ganz alt sind. Aber alle gefährlich für die Kirche gewesen sind. Alle gefährlich für die Kirche, weil sie die Amtskirche abgelehnt haben und dann auch die Weihe-Träger und so weiter. Und das hat der Heilige Franz eben nicht gesagt. Der Heilige Franz hat ausdrücklich hervorgehoben, er wollte innerhalb der Kirche wirken und der Kirche gehorchen. Trotzdem muss die Kirche ihn ja als Herausforderung empfunden haben. Irgendwie schon der Bischof von Assisi das Gefühl gehabt haben, da hat jemand ein Mandat, da komme ich eigentlich gar nicht dagegen an. Woher nimmt der jetzt seine Legitimation? Und der Franz steht da und sagt einfach, ja, so ist es. Ich stehe da, ich mache ja das, was eigentlich jeder machen müsste. Was wollte er eigentlich von mir, wenn Kritik kam? Und damit ist er ja dann sozusagen zu Innozenz gegangen und klug wie der war, hat er gesagt, ja, dann mach halt. Ja, in dem Sinne wohl, aber es gab immer einen theologischen Hintergrund. Die Bibel wird ja verschieden ausgelegt. Man spricht von dem vierfachen Sinn der Bibel. Und die anderen Sinne, ob das der allegorische Sinn ist, der anagogische, das sind so verschiedene Auslegungsarten, führen an der Realität vorbei. Und die Eigentümlichkeit des Franz von Assisi war den Literalsinn. Also was sagt die Bibel, das befolge ich. Ich brauche keine Interpretation? Interpretation? Nein, direkte Übernahme. Brauche ich keine Theologie im Grunde? Und von daher auch diese absolute Armut. Denn das steht ja, lasst alles hinter euch, bis zum Mord, wir sollen die Toten begraben und so weiter. Das alles zur Seite gesetzt, reine, pure Armut. Und bei Franz ist eben das Gefährliche dann später, dass er einmal die individuelle Armut forderte und die institutionelle. Das heißt, als sich dann die Franziskaner formten zu festen, sagen wir mal vorsichtig, Organisationen, bis es dann ein Orden wird, da sollte kein Besitz sein. Nun ist sowas wahnsinnig schwer. Und dennoch hat er gefordert, es darf keinen individuellen Besitz haben und keine institutionellen. Der individuelle Besitz war ja nicht einmal die Kutte. Wir sollten uns mal ein Bild des Franziskus auch anschauen. Es ist darauf zu sehen, ein etwas gefurchtes Gesicht. Ein Mann, der eine Kutte trägt. Sie war ja eigentlich geflickt, wie er immer sagt. Da ist sie am besten. Ein Strick, vorher gab es einen Ledergürtel und er hat gesagt, den brauchen wir auch nicht, wir nehmen einen Strick und eine Unterhose hat man. Mehr braucht man nicht und das nach Möglichkeit geliehen oder natürlich also nur als Flicken zusammengesetzt. Ja, es gibt ja sehr viele Darstellungen. Wir haben hier eine aus der Unterkirche von San Francesco. Bei den Zerstörungen 1997 ist die ja weitgehend unbeschädigt geblieben im Gegensatz zur Oberkirche. Und das ist eigentlich eines der beliebtesten Bilder, auch in der Reproduktion gewesen. Von Chima Abur, ein Mann, der dann etwa von 1240 bis 1300 gelebt hat. Also das ist zwischen 1260 und 1280 geschaffen worden und zeigt ihnen, wie man ihn in der zweiten, dritten Generation wahrgenommen hat. In Sacrospecchio, in Tupiaco, da gibt es wahrscheinlich ein Gemälde von 1228, da streitet man aber sich darauf, ob das nicht verändert worden ist, wenn man dann bei Chima Abur sagt. Also da ist nach Läuterung so ungefähr das Aussehen greifbar. Man muss bedenken, er war eigentlich ein kleines, spindeldürres Männchen. Man hat 1978 seine Beine ausgegraben und ausgemessen. Er war 1,58 Meter knapp groß und hatte ein sehr hageres Gesicht, einen sehr dünnhaarigen Bart, wie heißt es, Pilis minimis dispersus, also wenig mit Haaren, also kein Vollbart und nichts. Also er muss von daher eigentlich zart und zerbrechlich gewirkt haben und war es letztlich auch. Er war dann nach der Gefangenschaft, war er eigentlich in verschiedener Weise ununterbrochen krank. Er zart und gebrechlich auf der einen Seite, er auf der anderen Seite ungeheuer grob gegenüber seinem eigenen Körper, was er am Schluss sogar ein bisschen als Schuld angesehen hatte. Er hat seinem Bruder Körper das fast abgebeten. Er hat sich gehungert, er hat fast zu Tode gehungert, er hat auch schließlich nichts mehr getrunken und trotzdem hat er das als Regel vorgeschrieben und war dann umgekehrt wieder ganz großzügig. Ich denke an die eine schöne Geschichte, die Brüder schlafen miteinander, plötzlich fängt einer zu schreien in der Nacht dann. Und warum schreit er? Ich habe Hunger, mir tun die Gedärme weh und sowas. Und was sagt Franz dann? Geht raus und bringt dem was zu essen, holt den Schweinebraten und wenn er das braucht, nicht jeder kann gleich hungern. Eigentlich etwas sehr Spontan und nicht Dogmatisches, was er immer wieder dann auch gezeigt hat. Das heißt auch Verständnis für die Bedürfnisse der anderen. Nun war das eine Ausnahmesituation, aber was Sie mit seinem eigenen Leib gesagt haben, das ist sehr richtig, als hätte er geradezu eine Beziehung, eine objektivierte Beziehung zu seinem Leib, er nannte den Leib meinen Esel. Und am Ende seines Lebens sagte er, ich habe meinen Esel übel behandelt. Das war sein eigener Körper. Aber diese fast poetische Überhöhung ist ja ohnehin eine Eigentümlichkeit, die sehr gefährlich war, weil sie ja die Gefahr der Anschauung des Pantheismus, der von der Kirche energisch bekämpft wurde, dass Gott in den Gegenständen ist. Das war gefährlich, wenn er das sagte. Und deshalb hat man gesagt, also das ist es nicht, es ist die Pankreatürlichkeit, ein grässliches Wort, aber die Intention ist klar. Man sagt, es ist alles Schöpferwerk und damit ist Gott da in einer Gegenwart und nicht die Sachen selbstständig. Und dieses gehört ja dann zu seiner ganzen Sprache, während seines ganzen Lebens. Er ist der erste Dichter des italienischen Volkes, der erste Große, der allerdings dann im Provenzalisch natürlich auch singt und hat sich ja als Liederdichter auch einen Namen gemacht. Man muss das also schon sehen, dass der eigentlich ein sehr breites Spektrum bieten konnte und in sozusagen der Notsituation gepeinigter Körper dann das Lob der Schöpfung singt. Ja, ja, und es ist ja so, es ist merkwürdig, also er wanderte ja durch in Umbrien hin und her. Biografisch sollte man doch sagen, dass er wiederholt Versuche unternommen hat, sozusagen von Umbrien wegzukommen. Der berühmteste ist dann 1219 mit dem Kreuzzug. Aber er kehrte immer wieder nach Umbrien zurück und es wird ja berichtet, wie er dann von Ort zu Ort zog und immer Lieder sang. Und zwar nicht nur Fromme, sondern provenzialische Liebeslieder und so etwas natürlich in aller Züchtigkeit. Wobei dieses allerdings immer eine merkwürdige Ambivalenz hatte. Zum Beispiel, als er schwer krank war, das ist eben der ausgehungerte Körper, da hat er gesagt, er wolle sich sozusagen gesund hungern. Nun hat man ihm aber gereicht, Hühnerfleisch und Hühnerbrühe. Da kommt wieder die Theatralik, ist er, als er gesund ist, tritt er hin, entkleidet sich, hängt sich einen Strück um den Hals und sagt, ich bin ein Sünder. Ich glaube, ich habe Hühnerfleisch und Hühnerbrühe gegessen. Sie sehen, da pervertiert das eine, für unser Gefühl ein fast ins Lächerliche. Aber diese ungeheure Kasteiung, dass er sozusagen über den Körper hinaus das Spirituelle erreichen will, das ist wirklich bewundernswert. Letztlich ist er daran ja auch zugrunde gegangen, denn er ist ja gar nicht sehr alt geworden. Mitte 40 ist er gestorben. So als wichtiger Strang zieht sich durch dieses Leben ja sein Verhältnis zur, Anführungszeichen, etablierten Kirche durch. Über den Bischof von Assisi haben wir schon gesprochen, über Innozenz III. ein wenig, einen der bedeutendsten Päpste überhaupt, den die Kirche je gehabt hat. Dann Honorius. Ja, Honorius, das ist nun interessant. Wir als Historiker sind voller Respekt vor Honorius, denn das ist ja der Kanzler der römischen Kirche gewesen und der hat ja den sogenannten Liberzenso umverfasst. Also die ganzen Zinseinkünfte der römischen Kirche sind da verzeichnet und der ist dann, Censio Elisavelli hieß er, ist er dann nach dem Tode, Innozenz III., 1216, 17, Papst geworden. Und der ist enorm wichtig, weil der dann auch einen Kardinalprotektor eingesetzt hat. Das war sehr klug. Also aufgepasst hat, dass da jemand ein wenig für Ordnung sorgt. Das ist das eine. Und dann hat er diesen, man muss ja fast sagen, vagabundierenden Menschen, der immer nur nach Lebensform suchte und sie schriftlich überhaupt nicht festlegt. Er hat gesagt, also nun sagt mal, was ihr wollt. Und das sind ja diese beiden berühmten Bullen, nicht wahr? Also einmal die Nonbulata, also Episla Nonbulata, 1221. Und die war nur, die wurde nicht so recht anerkannt. Dann wurde die überarbeitet und dann wurde sie 1223 anerkannt. Und nun hatte man irgendetwas, wie man sich verhalten sollte. Es gibt Untersuchungen, ob Franz das überhaupt haben wollen. Und es stellt sich heraus, der wollte gar keine schriftliche Form. Er war regelabweisend. Er hat ja das Evangelium, warum braucht er das? Ja, was wollt ihr denn? Könnt ihr doch alle zusammenstellen. Er hat ja Brüder aufgefordert, das sogenannte Bibelstechen zu üben. Also nehmen wir die Bibel, reinstechen oder aufschlagen und den Spruch befolgt. Und immer wieder kamen, Bibelorakel. Ja, dass man die, bei der Armut Christi, Pauper Christi und Pauper Christus sollte man sein. Und daher brauchte man das gar nicht. Und bei der Bullata, also da, sie sind dann feste Ordnungsformen, festgelegt mit Generalkapitel und so weiter. Im Grunde war ja immer der Versuch der Kirche, ihn an die alten Orden heranzuführen. Und das heißt, die benediktinische Regel irgendwie mit zu übernehmen, sich einzuordnen in die etablierten Orden, das hat er ja im Grunde abgelehnt. Und war es denn nicht so, dass eigentlich auch die Päpste bis hin dann zu Gregor IX ihm sehr ferngestanden haben, aber sehr klug sich ihm gegenüber verhalten haben? Ja, diese große Toleranz. Die Päpste haben damals wohl schon gesehen, den, die Waldes und so, das sind ja alles städtische Bewegungen, auch die Katara. Ein Kloster ist ja ein Verband für sich, nach innen gewandt, gilt der Selbstheilung. Warum gehe ich ins Kloster? Um in diesen Zustand der Selbstheilung zu kommen. Wer wendet sich ans Volk? Niemand. Und es gibt sozusagen kein Orden, oder sagen wir mal ganz vorsichtig, keine monastische Organisation, die an die städtische Bevölkerung heranging. Und das taten dann, wenn wir dann weitersehen, die Franziskaner. Die waren dann diejenigen, die die Stadtbevölkerung predigtmäßig behandelten. Die großen Bußpredier, der größte Predier des Mittelalters, das Berthold von Regensburg, also ein Franziskaner, von dem gesagt wird, dass also jeden Tag Tausende ihm zugehört haben, der ging an die Stadtbevölkerung. Gucken Sie, die Benetiner tun das ja gar nicht. Die haben allein schon durch die Ordnung von der Manöte zu tun. Haben sie genug zu tun. Das ist also ein auf das Innere des Klosters bezogenes Leben. Und mit einem Mal dreht es sich um und die Bevölkerung hat dann das sehr gierig aufgenommen und mit Vorbehalt. Denn solche Leute, wie die zerschlissenen Franziskaner, die ja erst sehr spät, die von ihm beschriebenen braune Kutte mit drei Knoten, die Trinität, trugen, die latschten ja herum in ihren zerfetzten Kleidern. So latschten aber auch die Katarer herum und Malti Valdenser, die Pauperis Christi, also die Armen Christi, wie sich eine besondere Sekte nannte. Und so sind die vor allem nördlich der Alpen sehr schlecht angekommen. Bayern steht an der Spitze der Abwendung zunächst und ist dann an der Spitze der Zuwendung, weil nämlich das eine Zeit lang in Süddeutschland das einzige Land war, also der einzige Gentilverwandt, wo dann Franziskaner zugelassen waren. Und aus dem ist ja dann eben dieser Wetter von Ringsburg, was war das, so in 1230 bis 1300 so, hervorgegangen. Der Papst, Stellvertreter Christi auf Erden, wie kann der eigentlich etwas akzeptieren, was dann die Wiederkunft Christi fast meint? Also der zweite Christus, Franziskus, so hat ihn nicht nur die Tradition, sondern auch sein eigenes Selbstverständnis eigentlich bezeichnet. Das heißt, er hat im Grunde immer wieder gesagt, auch in der Predigt, also vor den Kardinälen und vor dem Papst, im Grunde habe ich von da oben meine Weisung geholt. Ich bin nicht von euch eingesetzt. Er hat sich dann unterworfen, selbstverständlich. Dann aber hat er ja Offenbarungen erlebt und ist zu ihnen gestanden. Er hat schließlich die Wundmale, die Stigmatisierung, die er selbst verborgen hat, natürlich erhalten. Aber sehr schnell war klar, da ist etwas passiert, was in der Geschichte des Christentums bis in dieses 12. und 13. Jahrhundert vorher niemand in Anspruch genommen hat. Kann das eine solche Kirche eigentlich ertragen? Ja, Sie müssen es fast umdrehen. Wenn es nicht erträgt, wird es noch gefährlicher, weil die dann außerhalb der Kirche sind. Und die haben ja üble Erlebnisse, denn mit den Waldensern, das ist eine Riesenbewegung gewesen. Denken Sie an die Albegenser-Kriege, dann ab 1215, da musste die Kirche ja mit Waffengewalt, mit Stumpf und Stil dagegen vorgehen. Da kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Es entgleiten einem die Gläubigen. Und da hat man den lieber klug, wie Sie mit Recht sagen, also Honorius III. und Gregor IX. zurechtgerückt, obwohl, ich bewundere vor allem Gregor IX., das ist derjenige, der das letzte sozusagen hochmittelanländische Rechtsbuch hervorgebracht hat, den dem er extra hat von 1234. Und der hat dafür gesorgt, dass manches, was Wildwuchs war, verschwand. Zum Beispiel hat er gesagt, Herr Franz hat ja ein Testamentum verfasst. Und dieses Testamentum sagt, dass ihr mir ja nichts kommentiert und dazusetzt. Das muss so sein. Keine Kommentare, keine Exilz. Nichts, hat er gesagt. Nichts, das gilt nicht. Denn selbstverständlich wollen sie durch Eingriffe das in der Spur halten. Das wird ja ganz verrückt, weil dann die Auslegung durch das Tun ohnehin erfolgt. Und das ist das Entscheidende gewesen. Die Päpste haben erkannt, dass sie in irgendeiner Weise das natürliche Bedürfnis der Gläubigen, vor allem der städtischen Bevölkerung, aufnehmen müssten. Zumal das ja ein sehr, sie auch förderndes Unternehmen ist. Sehen Sie an den Heiligen Franz, hat sich dann die Heilige Chiara angeschlossen, die Klarissen, der Zweite Orden. Und der Dritte Orden ist ja nun was Großartiges, weil es dann die Leihenwelt war. Der Dritte Orden ist ja die Tätigkeit in der Welt, weil ein Versprechen abgibt, aber nicht eintritt in irgendeinen Orden. Wobei ja Franz selbst eigentlich auch ein Laie gewesen ist. Er hat dann die Tonsur sozusagen erhaltet. Das haben ihm die Päpste zudiktiert, damit er wenigstens was an Uniform hat. Aber sonst hat er sich eher als Laie verstanden. Oder als erster Christ. Ja, es ist auch ohnehin merkwürdig, wie er sozusagen in den Dienst der Kirche treten wollte. Denn er war ja nicht ordiniert, und man weiß nicht mal genau, ob er Diakon war. Die Diakone konnten ja in der Welt bleiben, aber das weiß man gar nicht so genau. Er soll einmal als Konzeptant aufgetreten sein. Jesus auch, also Brot bringen lassen, hat es gebrochen und verteilt um seine Brüder. Also auch da kann man sagen, das große Theater, das biblische Theater, das Wundertheater auch. Wobei ja auch seine Brüder eigentlich immer Angst vor ihm hatten. Als da eines Tages es hieß, der schreibt an einer neuen Regel, dann haben die ja gesagt, die soll er für sich schreiben, aber für uns, das wird ja viel zu scharf, das kann ja niemand aushalten. Ja, also eine Energie sozusagen dem körperlichen Enthaltsamkeit gegenüber ist ungeheuer. Also dieser Satz spielt eine große Rolle, auch später bei der Exegese, der wird immer wieder überliefert. Es gibt ja etwa drei große spirituelle Ereignisse im Leben. Also dieses Franziskus, die seinen spirituellen Weg bis hin kurz vor seinem Tod zur Stigmatisierung der Wundmale beschreiben, beginnt es bei dem ersten Reden des Christus, des Kruzifixus in Daminiano. Und dann also natürlich mit der Entdeckung, die Bibel redet direkt zu mir. Und dann erfährt er ja so etwas wie eine Verklärung auf dem heiligen Berg, an dem heute noch steht, es gibt keinen heiligeren Berg in der Welt als im Grunde den Franziskusberg. Ein Anspruch, der den Tabor, der den Sinai, der alles außer Kraft setzt. Ja, Tabor ist ein etwas spieler, aber mit demselben Grundgefühl natürlich. Es ist so, dass diese spirituelle Überhöhung auch zu diesem Orden oder vielmehr zu Franz und seiner Unheimlichkeit gehört. Also bis hin dann Laverna 1224, die Stigmatisierung, der erste Fall. Also rein medizinisch ist es ja erwiesen, dass so etwas Psychogen in irgendeiner Weise stattfinden kann, also bis heute. Aber wie das eintritt, das ist ja die erste Stigmatisierung in der gesamten Kirchengeschichte. Vorher hat es das gar nicht gegeben. Diese Überhöhung auch, dass er fast sich oberhalb der Schöpfung fühlt, sodass er zum Beispiel auch mal sagte, ich fühle den Vogelflug und all so etwas, das ist ebenso unheimlich wie neu. Also die Natur in Begrüßungsform zu beschreiben, aber dann wieder zu pervertieren und die Flamme als Schwester anzusehen und die Arbut auch als Schwester ist also ein merkwürdiges Gemisch. Es ist wohl eins, dass er in seiner Rundumspiritualisierung wenig Disziplin hatte. Und daher die Sorge der Päpste, wenn solche derwischartigen Leute durchs Land ziehen, ist das ja ungemein gefährlich. Und ist ab Innozenz dem Dritten, aber besonders mit Honorius dem Dritten und dann noch sehr viel mehr. Der Hugolin ist ja der Neunte gewesen. Der war ja Kardinalprotektor. Der kannte das von ihm. Er hat aufgepasst. Der hat aufgepasst. Und ich finde das symptomatisch, dass er gesagt hat, dieses Testament, obwohl er wahrscheinlich überzeugt war, das stammt von seiner Hand, aus seinem Mund, das gilt nicht. Denn da kommt alles durcheinander. Das heißt, das Bewundernswerte historisch ist ein doppeltes. Einmal, dass es den Menschen überhaupt in dieser Erfüllung gegeben hat und zum anderen, dass die Kirche es begriffen hat, was sie an ihm hat. Oder wie gefährlich der wird. Wie gefährlich, aber jedenfalls aufgefangen haben. Wie konnte der denn so zum Volksheiligen werden durch seine Zuwendung zur Natur? Er ist ja ein moderner Heiliger auch geworden, Umweltschützer, also der Geborene. Ja, ab 79, habe ich ja gerade nachgelesen, man muss sich ja für diese Sendung präparieren. Ab 79 ist ja der Heilige der Umwelt, nicht wahr? Also das ist alles eigentlich eine Spätentwicklung. Ist natürlich völlig Unsinn. Die Umwelt wird ja nicht als Schöpfung, sondern damit wir anständig leben. Ja, aber es ist für das Mittelalter doch sehr ungewöhnlich, diese Hinwendung zu dieser Gesamtschöpfung, das Reden mit den Vögeln, der Preis, also von Sonne und... Ach ja, der Sonnengesang. Der Sonnengesang, der von ihm stammt und der ja dann also durch die Jahrhunderte geht und ja, als das hohe Lied, also des Preises der Schöpfung, war der auch Pantheist? Nein, das war es eben. Da wurde Giordano Bruno im Jahre 1600 als Pantheist verbrannt. Daher soll man eben darauf Wert legen, dass er die Schöpfung als Schöpfung und nicht einen Deismus in den Gegenständen verehrt hat. Das ist ein großer Unterschied. Aber Sie fragen mit Recht, wie war dann diese Akzeptanz? Also, wenn ich mal einen Sprung machen darf, den Franziskanern geht es heute gar nicht gut. Es gibt, ich habe im letzten Band, im letzten Band, in der Lexikon, wird die Kirche umgesehen. Es gibt also 18.000 im Ordnung zusammengefasste Franziskaner. Sehr wenige. Sehr wenige auf der ganzen Welt. Das ist eine ungeheure Reduktion und viele Niederlassungen sind eingegangen, auch hier bei uns. Diese Zeit ist vorbei. Sehen Sie, die soziale Fürsorge, die Verehrung der Armut, die Anerkennung des Nichtshabens, das passt alles nicht in diese Zeit. Habe ich eben kein Einkommen, keine Rente, kriege ich Arbeitsunterstützung oder irgendetwas. Das heißt, der Staat übernimmt, und deshalb ist bezeichnend, dass mehr als ein Drittel aller Franziskaner in Lateinamerika tätig sind. Also, wo dieses Phänomen der Armut noch gilt, ist dieses Phänomen weg, hört auch die Kraft des Heinrichs und Franz auf. Ein ähnliches Phänomen ist es mit den Dominikanern, das sollte man ja auch sagen, die sozusagen in das Volk wirken, die Lebensweise, das ist der heilige Franz. Aber der heilige Dominikus ist dann die Intellektualität, die dann den Menschen in die richtige Glaubensform bringt. Dante befragt, wer kriegt die Palme der Weisheit, hat er gesagt, Dominikus, nicht Franziskus. Also den bewusst ausgeschaltet, weil der das alles durcheinander bringt. Nun ist ja mit Franziskus sofort etwas passiert. Er hat sich hingelegt zum Sterben, hat sich wiederum nackt ausziehen lassen und hat seinen Tod im Grunde dann herbeigewünscht, hat sich von dem Arzt ja sagen lassen, wie lange geht es noch, gesagt, schwindel mich nicht an, sondern sag mir es doch genau, aber ich warte ja schon drauf. Und dann war er ja schon beinahe kanonisiert, also und da gab es ja beinahe einen Streit zwischen so ein paar Plätzchen, die dann die Reliquien haben wollten und dann wurde er ja nach Assisi verbracht, schließlich. Und böswillige Zungen sagen, da hat ihn dann also schließlich die Kirche beerdigt, so dass er nicht mehr auferstehen konnte, tief eingemauert, ist ja erst im 19. Jahrhundert dann das Grab wieder entdeckt worden, hat ihn die Kirche dann sozusagen mit seinen schlimmen Forderungen beerdigt und das Franziskanertum hat sich das dann ganz woanders hin entwickelt, bis Bonaventura, bis zu den Universitäten, was ja der Franz nie im Sinn hatte. Nein, bei Gott nicht, das wäre zutiefst zuwider gewesen, weil da eine Intellektualisierung eingetreten ist. Es ist in der Tat so, er hat, Sie haben es angedeutet, er hat seinen Tod also richtig inszeniert, dieses Nackt auf dem Fußboden und es gibt ja eine Merkwürdigkeit, er hatte ja nun eine Art Kluft, das war also diese braune Kutte und so weiter und er hat sich für den Augenblick des Todes eine Zisterzienser-Kutte bringen lassen. Warum? Weil es die feste Überzeugung war, dass dieser Orden den besten Übergang zum Tod brächte. Für dich der Zweite, Kaiser Friedrich der Zweite hat sich eine Zisterzienser-Kutte überziehen lassen, um in dieser Kutte zu sterben. Also hier sieht man etwas Tastendes beim Heiligen Franz. Er starb 1226 im Oktober und so weiter in rasender Geschwindigkeit 1228 hat Ugolin, das ist ja nun Gregor IX. die Heidesprechung vorgenommen und die Grabeskirche gestiftet. Die wurde ja dann gleich gebaut. Im 19. Jahrhundert kam das ja dann erst. Einer seiner Brüder hatte da sofort das Geld sammeln angefangen und plötzlich war der Orden ja gar nicht mehr so gschamig bayerisch gesagt, Geld einzunehmen. Ja, ja. Denn das brauchten die ja für den gewaltigen Kirchenbrauch. Ja, wobei dieser Bruder gesagt hat, also macht es so wie der Heilige Franz, sammelt es eint und verbraucht es. Also wir verbauen das auch gleich. Daher ging das verhältnismäßig schnell. Dieses Zentrum in Assisi blieb und blieb sehr stark und ist bis zum heutigen Tage die Haupteinnahmequelle der Stadt. Und zum Glück kann man ja jetzt diese Schäden vor allem an der Oberkirche, die kann man ja jetzt etwas stabilisieren, sodass ein künftiges Erdbeben nicht mehr so viel ausrichtet. Das andere, was Sie sagten mit den Universitäten, das ist dann die zweite Generation danach, wo tatsächlich ungewöhnlich intellektuelle Gestalten wie der Heilige der Größten. Ja, wo der Vistura gehört, also ganz an die Spitze der Theologen, die eine sehr direkte Theologie gepflegt haben, im Gegensatz zu Thomas von Aquin, der sicherlich präziser war und so weiter. Aber die Zugewendetheit zum Verhalten gegenüber dem Volk der Gläubigen, das ist bei Bonaventura und zieht sich ja dann durch. Man muss ja bedenken, dass eine ganze Reihe von theologischen Fakultäten ja von Franziskanern mitgestellt wurden. Und das geht dann eben bis in die Neuzeit, bis zur Reformation. Und heute ist noch Karachi und so, also sind einige Klöster in der Intellektualität sich fortsetzend, aber der personelle Kurs ist zu gering bei den heutigen Franziskanern. Auf der einen Seite also der Weg in die Universität, in die hohe Gelehrsamkeit, auf der anderen Seite aber entstanden ja in jedem Dorf im Grunde dann große Franziskanerkirchen, eigentlich Predigerkirchen, in denen die Franziskaner dann weiter gepredigt haben, und zwar dem Volk gepredigt haben. Das hat sich ja in Umbrien, Toskana überall dann verbreitet. Ja, und da war die große Schwierigkeit, als sie nördlich der Alpen kam, da waren also mehrere gegen die Ausbreitung. Ersten, jeder Priester, dem störten die zerlumpten Gestalten, denn die sammelten ja das ein, das war sonst in seiner Kirche, die nahmen ihm ja sein Zubrot weg. Er lebt ja vom Almosen, denn nach jeder Messe musste da anständig was gegeben werden. Die standen an der Ecke, predigten dem Volk, kassierten das. Und ganz schlimm war es natürlich für die Bischöfe, weil die sagten, die stören doch uns die Ordnung, was ist eine Diözesanverwaltung, wenn die da andauernd herumwimmeln, dies und jenes. Kommen, gehen. Ja, ja, ist gar kein Verlass. Und deshalb hat man dann eine Zeit lang gefordert, dass sie so Epistole Formate, also sie müssen, hört sich wie heute gesagt, sie brauchen Ausweise, damit sie hinkommen. Und die Gefahr dieser Volkspredigt wurde auch von weltlichen Einrichtungen sehr hoch eingeschätzt. Friedrich II. hat sehr zeitig den Franziskanern verboten, sein Reich zu betreten. Franziskaner durften im Sizilianischen Reich Friedrichs II. nicht prädieren, mussten aus dem Reich raus. Das hängt eben damit zusammen, dass die direkt am Volk da waren und sowohl das Gefühl wie das Geld einsammelten. Was ist denn die bedeutendste Wirkung dieses Franziskus hinein, vielleicht bis in unsere Zeit oder ist es immer so ein Appell noch und wie ging das durch die Jahrhunderte? Darf man das abschließend einfach mal fragen? Also es ist ein sehr wichtiger Appell, ist es, die Natur als Natur wahrzunehmen, das Gegenüber im Respekt wahrzunehmen. Das ist das eine. Und das andere, die Reflexion, was ist die Kirche? Denn daraus sind ja dann die großen Bewegungen, die waren ja auch alle franziskanisch beeinflusst, entstanden. Was ist die Kirche? Gibt es eine reiche Kirche? Braucht die weltlichen Besitz? Kann sie auf den weltlichen Besitz verzichten? Das sind alles Fragen, die die Franziskaner erörtert haben und daher sind auch viele Franziskaner in den Geruch der Ketzerei gekommen. Also Anfragen, die über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart hineingehen. Pius IX, diese Diskussion, braucht die Kirche den weltlichen Untergrund? Braucht sie Besitz? Braucht sie den Staat? Pius IX hat gemeint Quotnon, aber dann Pius XI mit den Lateranverträgen hat das dann hingebogen. Also ein Heiliger, mit dem man möglicherweise nicht einfach leben kann, aber der die Kirche, der möglicherweise auch einzelne Leute herausfordert bis heute. Ein, liebe Zuschauer und damit sind wir am Ende unseres Gesprächs, ein lebendiger Heiliger, der sich nicht begraben hat lassen in dieser großen Kirche in Assisi und der weiter wirkt, der hinein wirkt in eine Zeit, die ja der Umwelt ein bisschen wieder inne geworden ist. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Fuhrmann, für dieses lebendige Gespräch und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. 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 Zuhören.